Und komm raus, jawohl, der nächste Brocken und direkt wieder auswerfen. Heute sitze ich mal wieder auf dem Affenfelsen. Ja, so muss er aussehen, der Angler auf dem Affenfelsen. Ja, und hier auf diesem Affenfelsen klappt das halt immer wieder ganz gut. Und ja, Sitalia hatte das probiert. Und zwar jetzt gestern oder die Tage mit den Gummimucks. Und das teste ich jetzt auch mal. Ja, der Affenfelsen. Oft schon hier gestanden, schon einige Videos auch zugemacht. Denn es ist einfach eine Stelle, die immer wieder super gut funktioniert. Weil man einfach hier schön locker auswerfen kann. Und dann absinken lassen kann. Und dann ist während der Absinkphase oder während der Hochpilkphase oder Einkurbelphase eigentlich immer mal wieder ein Biss dran. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr solide Stelle. Gerade wenn man nicht diesen Zeitdruck haben möchte von dem Bootsticket. Beziehungsweise was dazu kommt, das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen. Gerade wenn man hier auf dem Boot ist und man hat dann endlich mal einen Spot gefunden, wo was läuft. Und dann hat man da so den Fisch, den man haben will. Dann treibt man ja auf dem Meer die ganze Zeit wieder weg. Und irgendwann treibt man da wieder hin. Aber man treibt halt die ganze Zeit irgendwie weg. Und der Riesenvorteil, was das Ganze schön entspannt macht hier auf dem Affenfelsen zum Beispiel. Tja, du sitzt einfach hier. Du kannst immer schön eine Stelle anwerfen. Und hast auch immer mal eher noch eine Chance, doch gleiche Fische zu fangen. Also das, was man gefangen hat, vielleicht doch nochmal ein bisschen gezielter wieder anzuwerfen. Ähnliche Situation natürlich mit dem Grundangeln vom Land aus. Das ist ja auch mittlerweile schon einigermaßen gut erforscht, würde ich sagen. Gerade die eine Stelle hier ganz unten auf der Map. Auch dazu gibt es ja schon mehrere Videos. Grundangeln am Meer, auch das immer wieder gut. Dann allerdings eher bei schlechtem Wetter. Auch das hat man mittlerweile schon ein bisschen rausgekriegt. Klappt für die seltenen Brocken wohl besser. Und ja, jetzt hier auf dem Affenfelsen mit diesen Gummimucks habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Ich habe meist einfach mit, entweder ganz simpel mit dem Pilker einfach nur raus oder mit dem Meeresjig. Das geht natürlich auch richtig gut. Meeresjig, verschiedene Jig-Köpfe drauf. Und so dann eben verschiedene Köder eben probiert. Und jetzt, Zitalia hatte das einfach richtig schön groß, also mit großen Achtern Gummimucks gemacht. Und da kommen auch dementsprechend ganz gute Brocken bei rum. Klar, natürlich immer mal wieder so ein kleiner Beifang. Aber das alleine jetzt hier schon, so fürs erste Testen, ist das gar nicht schlecht. Also, Seehecht, Seehase, richtig fette Kohlen auch schon. Einfach hier auf dem Lörker jetzt gerade. Also, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Und jetzt teste ich einfach hier noch ein bisschen länger an der Stelle. Denn der Riesenvorteil, wie gerade schon gesagt, zack, der Riesenvorteil ist einfach, du wirfst aus, das sinkt jetzt erstmal runter bis auf 75, je nachdem wie weit man auswirft. Manchmal kommt man eben bis fast auf 90 Meter Schnur raus. Aber man braucht quasi nur, ich sage mal, so 30 bis 40 Meter auswerfen. Das reicht in der Regel. Dann sinkt das hier runter bis auf 75 Meter ungefähr. Und dann hat man eigentlich, weil das so eine Schräge ist, hat man hier die ganze Zeit auch beim Einkurbeln, die ganze Zeit diese Bewegung in Grundnähe auch. Das heißt, auch wenn man einfach nur kurz, so wie Jig macht, einmal zwischendurch ankurbeln, einkurbeln, immer so im Intervall, dann hat man auch die ganze Zeit Bewegung in Grundnähe. Zusätzlich vielleicht zwischendurch auch noch das Pilken dabei. Also, super praktisch hier. Und dann ballern eben auch hier mal ganz gut die Brocken rein. Und das allerbeste, wie gesagt, kein Zeitdruck. Das heißt, wenn ich mir gleich nochmal schön ein Käffchen hole, dann ist mir das total egal, auch wenn der Kaffee 10 Minuten braucht. Naja, das Bootsticket existiert ja nicht. Ich habe keinen Zeitdruck im Nacken, dass mir jetzt quasi mein Bootsticket abläuft. Ich kann auch mal eben was kochen gehen, lecker essen machen und danach weitermachen. Und es ist ganz gechillt hier. Man kann einfach immer mal wieder sich kurz einloggen, mal eben ein bisschen was rausziehen, wenn man gerade die Zeit dafür hat. Und dann hier doch auch solide sein Cache machen. Ja, und jetzt, wie gesagt, mit den großen Gummi-Mucks. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Es ist natürlich wirklich eine ganz, ganz entspannte Sache. Einfach nur den Gummi-Macken nehmen und die dann in den verschiedenen Farben natürlich dann wieder testen. Das mache ich jetzt, denn ich suche hier natürlich auch die Fische, die mit am besten oder am meisten Kohle bringen. Klar, so ein Kühler ist halt auch regelmäßig mit dabei. Kann man natürlich auch gezielt nehmen fürs Filet. Ist ja nicht Fischfetzen, sind ja Filets sozusagen. Direkt rausschneiden, je nachdem, was man da für Brocken hat. Guck mal hier, Seeteufel sogar. Das ist schon ein bisschen selten. Zehn Kilo Seeteufel vom Land. What the heck? Schmeckt richtig. 100.000 XP. Ja, kann man machen. Direkt wieder raus hier. Ich werfe mal gerade ein bisschen weiter aus. Was hat der gefressen? Auch wieder den Lörker. Lörker, 100 Gramm. Richtig solides Ding. Einfach der normale 100er Lörker. Also damit kommt man eben richtig gut klar. Und wenn man sich dann das gesamte Setup anguckt, also hier die Sensi mit den plus 5%. Einfach nur den 100 Gramm Lörker drauf, der eben die richtig guten Brocken bringt. Sehen wir ja auch immer wieder. Einer der absolut wichtigsten Köder im Game. Liefert konstant richtig gut dicke Brocken, seltene Brocken. Hier ist ein kleiner Zusatzhaken mit bei. Muss aber glaube ich nicht. Es würde auch wahrscheinlich der ganz normale Lörker reichen am Anfang, wenn man noch keine Beifänger hat und alles. Einfach nur damit rein hier. Beziehungsweise dann später auch mal mit dem Meeres-Jig natürlich ausprobieren und den Gummi fischen. Auch das funktioniert solide hier an der Stelle. Ja, jetzt wie gesagt dann mit den Beifängern und den Gummi-Max, wenn die dann irgendwann frei sind, die natürlich auch einfach dran machen. Und da teste ich jetzt einfach verschiedene Farben durch. Wenn dann da ein paar besondere Fische bei sind. Jetzt wie gesagt, der Lörker zieht ja hier alleine schon. Auch hier der Seehase war auf dem Lörker. Richtig, richtig nice. Seehecht war auf dem Gummi-Max 05. Also wenn du sagst, oh, jetzt will ich ein bisschen mehr den Seehecht fokussieren. Zack, alle drei Beifänger eben dann auf diese eine Farbe umstellen und dann lübtert wieder. So, jetzt sind wir hier bei 90 Meter draußen. Bisschen auf Spannung. Jetzt haben wir schon direkt die Bewegung in Grundnähe. Und jetzt einfach nur wie beim Jiggen kurz ein bisschen einkurbeln. Man kann auch jetzt hier die ganze Zeit pilken. Könnte man auch machen. Dann bist du auf den 85 Meter, bist die ganze Zeit hier am pilken und gut ist. Und wenn du irgendwann mal einkurbelst und kurbelst und kurbelst und hast dann da unten irgendwann 35 Meter, ich sag mal so 35, 30 Meter stehen, dann Enter, Bügel wieder auf, absinken lassen bis auf den Grund und meist schon in dieser Absinkphase. Zack, da kommt dann schon wieder der Einschlag und spätestens auf den Grund, wenn du dann wieder hochziehst, ja, dann muss was kommen. Wenn dann nichts kommt, Köder wechseln. Dann passt was mit dem Köder nicht. Also spätestens da muss was passieren. Jetzt wie gesagt, hier teste ich es eigentlich ein bisschen mehr, auch mit dem Pilken. Ich will hier ein bisschen mehr Action machen für die Beifänger, also für die Gummimax, dass die eben auch ein bisschen mehr liefern. Und jetzt eben hier, wie gesagt, weiter hochziehen. Zack, schön intervallmäßig. Und dann so alle 10 Meter mal ein bisschen pilken und ein bisschen gucken, was da so geht. Aber ich bin jetzt sogar noch im Pilg drin und kann jetzt hier theoretisch einfach hochziehen, ne? Bis, ja, ich ziehe meist so bis 35 mal bis 30 Meter hoch und dann einfach den Bügel wieder aufmachen, weil auf der Entfernung ist immer noch diese Steilkante, die nach unten geht. Und wenn wir dann eben noch im oberen Bereich der Kante sind, einfach, wie gesagt, Bügel aufmachen. Der Köder rutscht diese Kante wieder runter hier. Zack, der nächste kleine Brocken. Und während des Runterrutschens liefert er wieder. Was man immer sieht, hier vorne driftet es jetzt gerade so wieder rüber. Das passiert häufig. Und in dem Bereich, wo jetzt hier gerade die Schnur auch so runter geht, in dem Bereich sind manchmal so ein bisschen Kanten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man da mal festhängt, wenn man gerade da einen dicken, fetten Brocken drauf hat. Also wenn man da so einen dicken, fetten Köhler drauf hat, durchaus möglich, dass der da mal ein bisschen hängt. Dann muss man da vielleicht hier oben da mal so ein bisschen hinlaufen und die Brocken dann so ein bisschen rüberziehen. Na guck, den haben wir ja gestern schon festgestellt. Der bringt richtig Cash. Das sind jetzt ungefähr 50 Silber schon. Sensationell. Das war auch gerade so ein bisschen mein Ziel, als ich hier hingegangen bin. Mal gucken, läuft das denn hier mit dem Dornhai? Und da gucke ich jetzt auch direkt rein. Super Gummimac 807. Und das ist der pinke. Und dann ändere ich doch mal direkt den nächsten Gummimac auf pink. Mach da die pinken Spaßperlen drauf. Und ich lasse noch den einen, eine andere Farbe, also einen, der noch random was anderes liefern kann, lasse ich nochmal mit drauf. Vielleicht kommen da ja noch irgendwelche besonderen. Oder ich mache mal einen blauen drauf. Vielleicht ist ja der blaue interessant. Der Lörker war ja auch so bläulich. Vielleicht liefert der ja noch, oder so türkis. Ich glaube, ich nehme mal den blauen hier. Vielleicht liefert der ja noch einen Seehasen. Vielleicht hat er ja gerade Bock auf blau, der Seehase. Und dann geht er ja noch ein bisschen mehr. So, zack. Wenn ich nicht ganz so weit raus will. 60 Meter ausgeworfen. Und jetzt runter sinken lassen wieder. Das gleiche Spielchen bis auf den Grund. Und theoretisch kann man hier auch abstellen. Und dann mal eben gucken, was denn das Ganze jetzt hier gebracht hat. 20 Minuten mit, naja gut, sagen wir mal grob 20 Minuten. Kurz ins Café gucken. Auch wenn hier so Kaffeeaufträge sind. Seewölfe sind auch immer mal wieder hier an der Stelle. Ab und zu auch Steinköhler. Natürlich viele von den Seeskorpionen. Gucken wir mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen länger stehe, geht das auch durchaus. Makrelensardinen und Makrelenhechte. Auch durchaus möglich. Dann allerdings von der Führung versuchen. Natürlich mit kleineren Ködern, mit so Shrimps oder sowas auch mit reingehen. Und dann auch rauswerfen. Und direkt an der Oberfläche so ein bisschen langziehen. Und da schon anfangen mit dem Jig. Denn wir befinden uns ja von der Map her in einem Bereich, wo auch hier immer mal wieder so Schwärme sind von den Makrelen und von den Kleinen, von den Sardinen und sowas. Also hier kann man gerne auch mal relativ flach dann an der Oberfläche durchjiggen. Funktioniert auch immer wieder. Also wenn ich mal so einen Kaffeeauftrag habe und mir fehlt dann auf einmal noch so eine einzelne Makrele jetzt hier mit 400 Gramm, dann mache ich das häufig, dass ich an der Stelle dann nochmal ein bisschen auswerfe. Und es dauert in der Regel nicht so lange, dass man dann wirklich auch hier so eine Makrele abschließt. Zack. Vier Stück, 100 Silber wieder zusammen. Und das boostet doch dann ganz gut, wenn man eben die Kaffeeaufträge machen kann. Ja, wie gerade gesagt, 50 Silber, 60 Silber sogar fast. Sensationell. Und 300 Silber jetzt mal eben gemacht in 20 Minuten. Ist natürlich jetzt übelst lucky mit dem Seeteufel. Nehmen wir den raus, sind es trotzdem noch 140 Silber in 20 Minuten. Und das ist doch richtig nice für einfach nur am Land stehen ohne Bootsticket-Kosten und ohne Zeitdruck im Nacken. Ich renne jetzt wieder zurück auf meinen Affenfelsen. Ach, da hockt da wieder der Affe auf dem Felsen. Perfekt. Und so mache ich das jetzt auch. Zack, auf meinen Felsen hier hocken und weitermachen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig immer montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri. Musik